Hallo und wir sehen uns zur Lokomania Folge 9, Mission 9, Broadplains, die wir rein starten und mittlerweile läuft ja das Let's Play, also jetzt wo ich das aufnehme, habe ich die erste Folge gebracht und ja, wie erwartet gefällt es nicht jedem. Was ich ein bisschen bereue im Nachhinein ist natürlich, dass ich nicht von vornherein im Let's Check gesagt habe, was da später noch auf uns zukommt, sprich diese doch dann recht anspruchsvollen Missionen, wie ich finde. So, aber wir müssen gleich schauen, was passiert, da haben wir schon den ersten Kandidaten mit, da komm, so, mit zwei Zwischenstops, da ist mein Bildschirm heute komisch eingestellt, gelb, ich sehe die Farben nicht. Abgesehen davon, dass ich die Farben sowieso durcheinander bringe die ganze Zeit, ähm, ist mein Bildschirm halt auch noch irgendwie, ah, da ist, ah, ja, habe ein bisschen, habe Video geschnitten vorher, darum, so, wo lasse man denn den halten? Direkt hier habe ich jetzt das richtige Gleis, ich glaube nicht, darum schalte ich mal alle auf rot, vorsichtshalber, weil sich die Signale erwische aus der Höhe, so. Da kommt der Nächste, der will direkt zu schwarz, okay. Schwarz ist da hinten, da ist er eh schon mal prinzipiell nicht schlecht unterwegs. Lass man da ganz außen fahren. So, was ich eigentlich auch vorgehabt hätte, wäre, ja, äh, hier mal alles auf gerade stellen, man tut sich einfach, wie ich finde, ein bisschen einfacher, das zu managen, oder das zu überblicken, weil, nach wie vor verzichten wir ja auf das Wohin fährt dieser Zug-Tool. So, jetzt zum grünen Bahnhof, der ist da drüben. Dann bitte, los geht's. So, na. Okay, da kommt der Nächste. Wohin ist der? Der muss da raus, okay. Heißt, der ist eh schon mal richtig unterwegs. Da stellen wir wieder auf gerade, einfach als Prinzip, und ich glaube, es stimmt sogar so alles schon. Oh, da kommt einer rein, den lassen wir gleich durchfahren, damit hier frei ist. Und wohin will der? Der will erstens mal hier im Bahnhof gleich halten, wenn ich es richtig sehe. Passt sehr gut. So, und der will da raus, da kommt gerade einer rein, dann warten wir noch kurz ab. Oh, fast. Fast das falsche Signal auf rot geschalten. So. Der ist mal erledigt. Der kann da überholen. Und der muss jetzt zu gelb. Dann ist das eh schon mal richtig. Lass mal auf dem Gleis da stehen bleiben. So. Ah, das Signal erwische ich von hier nicht. Da werde ich fast drüber müssen. So. Kann der hier mal stehen bleiben? So, okay. Der ist unterwegs, und das ist auch frei. Ist erledigt. Der kommt daher und bleibt auch stehen. Sollte auch passen. Der fährt da gerade ein. Okay. Und den können wir dann rausfahren lassen. So, hat gehalten. Und muss jetzt zu schwarz. Lass mal ein Stückchen vorfahren. Er mag nicht vorfahren. Dann soll er direkt rausfahren. Dass hier frei ist. Für die Ausfahrt. So. Sehr gut. Okay. Schwarz. Passt. So. Ist der jetzt raus? Äh. Geht sich das noch aus? Nein. Da kommt schon einer. Okay. Das haben wir verschlafen. Dann müssen wir den zurücksetzen lassen. Und zwar wohin. Ja. Dahinter es passt. Bisschen ärgerlich. Aber kann man nichts machen. So. Da kommt auch wieder einer rein. Da kommt auch einer rein. Für grün. Für grün. Okay. Das müssen wir uns doch anschauen. Das müssen wir uns doch anschauen. Der hat zurückgesetzt. Oder? Ist noch am zurücksetzen. Dann drehen wir ihn wieder um. Und lassen ihn. Äh. Jetzt wollte ich ihn eigentlich da warten lassen. So. Der muss zu gelb. Heißt. Soweit passt's. Da haben wir alles auf rot wieder. Jetzt habe ich die ganzen Weichen geschalten. So. Schaffen wir es jetzt da raus. Ich hoffe. Dann können wir ihn reinfahren lassen. So. Und den jagen wir jetzt gleich hinterher. Okay. Sind die zweimal raus. Hoffentlich auch richtig unterwegs. Schwarz. Schwarz. Da wird es auch raus. Grün. Jetzt haben wir den da. Dann lassen wir gleich mal lossausen. Wie können wir denn da. So da außen rum. Okay. Mal alle Weichen auf gerade stellen. Da würde er noch ein bisschen hängen bleiben. Aber vielleicht geht es sich noch aus. Okay. So. Dann. Der muss auch zu grün. Dann bitte los geht's. Da wartet schon wieder einer. So. Okay. Okay. So. Der will sich jetzt auch raus. Da kommt der. Sehr gut. Da sollte man alles passen. So. Dann schauen wir uns den Neuankömmling an. Gelb. Das ist kein Problem. Standardprogramm sozusagen. So. Richtig unterwegs. Richtig unterwegs. Richtig unterwegs. So. Der muss jetzt zu schwarz. Das heißt. Eigentlich zurücksetzen lassen. Oder? Der muss auch zu schwarz. Okay. Ah. Das hat schon gepasst. Und der muss dann bei rot raus. Das schaut eh schon mal nicht schlecht aus. So. Dann bitte gleich weiterfahren. Und dem stellen wir auch die Weichen gleich passend. So. Gut. Der ist richtig unterwegs. Der ist jetzt zurück. Den schicken wir gleich hinterher. Ja. Da wartet der Nächste. Für den roten Bahnhof. Ich glaube das schaut nicht schlecht aus. Der muss beim grünen Portal raus. Das heißt der ist eh richtig unterwegs. Da kommt schon wieder der Nächste für schwarz. Wartet eh brav. Ah nein. Das ist nicht der Nächste. Das ist immer noch der hier. Okay. Das war auch nicht ganz ideal. Weil eigentlich wenn der bei grau raus muss. Wo ist überhaupt grau? Da. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Naja. Macht nichts. Dass wir da immer mal vorbeifahren. Dass der frei ist wieder. Und dann schauen wir weiter. So. Grün. Grün. Und zwar in dem Fall aber hellgrün, oder? Hoffe ich zumindest richtig gesehen zu haben. So. Der bitte raus. Genau. Wen haben wir da? Ah. Der ist jetzt für rot. Warum fährt der nicht? Ah. Weil da die Weiche nicht gestellt ist. Jetzt haben wir den Problemkandidaten da. Den muss ich jetzt ein Stückchen vorfahren lassen. Das ist jetzt ein bisschen ein blödes Manövrier. Manöver. Aber gut. Sollte ich auch noch machen lassen. So. Jetzt wieder zurück. Und jetzt wieder nach vorne. so grau ein bisschen umweg nicht da jetzt fahrt glaube ich aber irgendwie wird schon gehen erhalten gerade noch und raus dann lassen wir auch mal einfahren so für wohin muss der ekelb oder ok der auch na gut dann bitte die ich da runter so da also eher was komplizierteres wieder mal vor vor allem wenn ich falsch abbiege dann wird es wie so kompliziert ok naja so man hat das noch irgendwie hinbekommen hoffe so wie es aus 17 punkte von 60 also die folge schaffe ich glaube ich nicht in einer halben stunde da schaut schlecht aus so grüner bahnhof sollte passen gelber bahnhof sollte jetzt auch passen so ok sag ich den grauen indem er los wird so viel verkehr so rot der ist eh richtig unterwegs jetzt holen wir uns den einmal zählt zwar gar nicht wo der hin muss aber wird schon irgendwie ans ziel finden so der graue war kompliziert ich schätze dass wir einfacher gegangen so und raus mit dir oh ich sehe wo der hin muss nämlich dahin dann bitte zurück gerade noch so dann passt das mal so gehen wir nochmal alle durch der ist mit abgehauen der hat eigentlich hier stehen bleiben sollen der muss da raus ok wahrscheinlich müssen wir irgendwie wenden so jojo ich komme ja gleich ich hoffe der rote fährt richtig ja weiß ja warum ich das hoffe weil es nicht so war das machen wir anders oh das ist so ein langer ok da müssen wir jetzt wirklich aufpassen dass wir den richtig lotsen weil der blockiert uns schon alles so der muss da wieder raus ok wie lassen wir jetzt fahren der muss irgendwie umdrehen wie kann der umdrehen sehe ich es jetzt gerade nicht oder da müssen wir irgendwie da das geht auch nicht ok ich halte jetzt da einfach mal kurz an und schaue mir das dann in ruhe an so dass wir die anderen erledigen so raus das hat funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe raus fragezeichen der graue ist auch wieder falsch gefahren aus welchem grund auch immer naja ich kenne den grund schon ich sage es noch nicht so was machen wir jetzt mit dem der muss da wieder raus irgendwie bin ich grad verwirrt wie soll ich denn da wieder raus bekommen und das erinnere ich mich gar nicht mehr dann kann ich da nicht zurück setzen lassen ah der muss da raus ok alles klar dann bitte lieber zug fahr so jetzt wäre ich schon richtig unterwegs mit dem warte ich mal hier so jetzt grau wieder vorwärtsgang rein bitte und raus fahren da ist lang so jetzt so langsam wird es wieder dann kann der auf den haben wir gesagt warten wir noch ab der ist richtig unterwegs den holen wir gelber bahnhof oder wartet auch noch einer für schwarz ok das passt glaube ich hoffe ich ok das schaut gut aus da kommt schon der nächste sie wollen jetzt aber wirklich da raus oder die wollen da raus kein problem kein problem falls da frei wird kein problem hellgrün hellgrün müssen wir auch außen rum fahren so der ist raus sehr gut dann kann man die mal schicken und zwar gleich beide hintereinander schwarz darf tuch fahren so hellgrün 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 schau schau ob da das richtig eingestellt ist eigentlich auf dem ersten blick schon bis auf hier bis auf hier die weiche umstellen ok da kann man den mal holen für den moment zumindest ich weiß gefällt echt nicht jedem das spiel aber ich sag's euch es ist anspruchsvoll also klar man kann jetzt kaum verlieren aber na gut man kann schon was verlieren nämlich den überblick das glaube ich gar nicht so schwer so so der muss jetzt auch wirklich hellgrün oder den muss ich ja dann schaue ich mir da noch an so da kommen jetzt die ganzen türkisen der reihe nach durchgesaust so wenn er sich beeilt ok erfährt nicht muss jetzt noch mal halten bei grün ja ok weiter geht's ok so der darf auch einfahren dann gehen wir doch mal alle durch der muss bei gelb halten der darf da hin also jetzt so nein stopp 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 anhalt bitte so ok dann schauen wir uns da noch an so der wird auch bei gelb halten ok machbar der darf jetzt zurücksetzen zum schwarzen bahnhof ok ok das passt noch fast jetzt passt's so ok schauen wir noch mal der passt der passt fast der muss bei grün noch halten ok ok der hat automatisch gehalten weil da noch belegt war das könnte uns auch hier mit dem zunutze machen da kommt der nächste ok also der ist versorgt der ist versorgt da haben wir was neues ok dann lassen wir gleich rein fahren so grau ok dass wir das auch noch ein bisschen kompliziert ist so die quetschen sich da jetzt alle raus gelb ok dann gleich hinterher bitte ok den habe ich mich auch nicht gekümmert der wartet auch schon eine halbe ewigkeit den holen wir jetzt einfach mal so na gut und zurück zurück und vor und raus so so ok und für schwarz ok nochmal zurück nochmal zurück so weiter bitte so jetzt passt's ok der muss zu rot dann ist da alles richtig gestellt so ok da haben wir jetzt alles durchgebracht der passt der wartet ok dann bitte mal kommen grau ist raus der ist auch ja der ist auch unterwegs so der ist auch mehr oder weniger richtig unterwegs so ok das passt so der schwarze wieder nach vorne und dann da runter ja sehr gut einmal halt und weiter geht's so türkis die ist da hinten können wir da wieder umstellen und so oh den müssen wir zuerst holen wartet schon der nächste oh und da kommt einer der nicht anhalten darf das ist eh schon der oh man ok ok ähm soll man jetzt echt gut aufpassen der muss da raus oder ah jetzt hat er eh schon angehalten super nur wegen dem Zug da na sehr toll ärgerlich na gut was wir machen verpennt fünf punkte weg was solls so dann soll man einfach dafür dass der freie Fahrt hat komplett durchgängig was er jetzt haben sollte sobald die Weiche umgeschalten ist schauen wir es nochmal an was ist die Frage ist das jetzt das ist eigentlich nicht türkis das ist hellblau das ist türkis oder oh man die Farben naja da bin ich auch schon auf die Kommentare gespannt da werde ich oft was hören so nichtsdestotrotz der dürfte eigentlich fahren wäre kein Problem den könnten wir auch ruhig holen den lassen wir dort da stehen oi 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 na die fünf punkte ärgern mich jetzt ehrlich sehr ja aber kann man nichts machen aber kann man nichts machen so nicht dass wir da uns ein bisschen in die quere kommen wäre ärgerlich so ok ok so dann können wir uns jetzt um den da mal da steht da auch schon eine Ewigkeit rum doch nicht vorher um andere so das sollte da jetzt eigentlich stehen bleiben so passt der jetzt noch ein letztes Mal checken schaut gut aus der bleibt jetzt hoffentlich stehen bleibt er nicht ok aber das war vielleicht dem Zug dahinten auffahren würde bleibt er stehen aber tut es nicht da müssen wir nachhelfen den kann man dabei so umleiten wieso ist er jetzt stehen ah verdammt das habe ich jetzt 10 Punkte gekostet dazu ah da habe ich jetzt 10 Punkte gekostet dazu großer Älger super was bringt gar 4 4 äh toll ok oder auch nur 2 ich habe gar nicht so genau geschaut ok ok jaja passiert das sind die Momente wo ich eigentlich Lust hätte also nochmal neu aufzunehmen weil ich es gibt es ja nicht Wie kann man nur so schlecht sein? Aber sieh jetzt, was soll man machen? So, so langsam kriegen wir es wieder leer, wie es scheint. Schaut mal nicht so schlecht aus. So, wieder so ein Kandidat für Grau. Sorry, wenn ich so still bin, ich ärgere mich gerade über den 10 Minuspunkte, das ist viel zu viel. Viel zu viel, so schwarz. Lass mal da zurücksetzen. So, da kommt auf dem Gleis, der ist eigentlich nicht geplant. So. So, zurück, zurück. So. Okay. Gelb. Sollte kein Problem sein. So, und so, und so. 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 Ok, so was hat der noch, bis er rausfahren darf, gut, brav, so, den haben wir immer noch da stehen, der wird da versauern, befürchte ich. So, und bitte raus, so, da passt's, der passt fast. Ja gut, zumindest ist vermutlich in unter 40 Minuten zu schaffen, mit Fehler, naja. So, komm, fahr, 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 wir brauchen Punkte. Okay. Hm, da war's jetzt schon einer. Gut zu wissen. So. Oh. Ja, fällt nicht mehr viel. Na, weil ich in zwei Parts schneide, schätze ich mal, so ein bisschen heftig am Stück. Oder ich nehm's nochmal neu auf. Hehehehe. Ein wie zehn Punkte zu sagen, da wären wir schon fertig. So, der ist richtig unterwegs. Jetzt sieht's jetzt bei dem aus, auch halbwegs richtig. Dann kommt der nächste und der nächste. Holen wir uns gleich beide. So. Oh, schnell noch anhalten, schnell, schnell. Ah, verpasst. Na, da kommt grad wieder was. So. Okay. Gut, der verkleinenden Umweg macht aber nix. ist sogar halbwegs richtig unterwegs. Muss er nochmal anhalten. Nein. Dann passt's sogar. Okay. So. Vier Punkte noch, mal schauen. Wie lang's dauert. Ich glaube, wieder fünf. So. Raus mit dir. Wollen muss der auch grün, ne? Und auf dem gleich hinterher sausen. Und dann schwarz und dann graub. So. Das ist fast schon Stau. Aber grün und türkis, dunkelgrün und türkis müssen eh alle mehr oder weniger in dieselbe Richtung. Von dem her passt das. So. Der fährt brav durch. Das ist okay. Der muss allerdings halten. Und dann zurückfahren zu schwarz. Da kommt der nächste. So. Komm. So. Ein Punkt noch. Oh. Und geschafft. Ja. Hätte man ein bisschen früher haben können. Ohne einen Fehler. Aber was soll's. Ich freue mich auf die nächste Map. Wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao für Denk. Und Baba. Tschüss. 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 Tschüss.